Frankfurt könnt ihr räumen Ideen, aber nicht! Frankfurt könnt ihr räumen Ideen, aber nicht! Das ist was demokrasi looks like! Hey! Ich will ja, dass du den Autos hast. Ja genau, geh mal. Sei dabei! Lockupy! Sei dabei! Lockupy! Die Lockupy-Tage, in denen zu friedlichen Prozessen, Versammlungen und Demonstrationen ausgerissen wurde. Damit verstößt die Stadt Frankfurt gegen die Verfassung. Frankfurt! 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 박! Frankfurt! Revolution! Revolution! Mit Griechenland, mit Solidarität mit Griechenland, wenn die Umstände unter denen die Griechen im Moment leben, sind für viele von uns kaum vorstellbar, viele Griechenland nicht mehr lehren können. Und das alles passiert nur, weil unsere Regierung den Griechen das Sparprogramm aufzwängt. Ich will nicht länger, auf Kosten anderer, im Luxus leben. Solidarität weltweit! Wir sind alle Griechen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Brüder und Schwestern in Griechenland, wir lassen uns nicht spalten. Wir fühlen uns Griechenland genauso verbunden wie unsere Mitmenschen aus anderen Ländern, die zunehmend der Wirkung selbsternannter oder temporär gewählter Eliten ausgeriefert sind. Wir überwinden die Grenzen derjenigen, die sich anmaßen, uns Europäer und Menschen der gesamten Welt gegeneinander auszuspielen. Mit Menschlichkeit und offenem Herzen, denn Europa ist mehr als nur ein Wirtschaftsraum. Es ist unser aller Lebens- und Anführungsraum. Weltweit werden Menschen gedemütigt und geraten in friedverschuldeten Teufelskreis aus Armut und Überschuldung. Wir sehen, was derzeit weltweit passiert. Und im Namen von zahlreichen politischen, aktiven Menschen auf Deutschland sagen wir euch, was momentan in Griechenland geschieht, all voran die Verarmung und Ausplünderung der griechischen Bevölkerung, geschieht nicht in unserem Namen. Wir können nicht akzeptieren, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Land seine politische Souveränität an das Diktat der Finanzmärkte verliert. Wir werden nicht zulassen, dass diese Verleumdungen gegen die Bürgerinnen und Bürger, welche in Griechenlands leben, weitergehen, während sich die Profiteure der Krise aus der Verantwortung stellen können. Derzeit befindet sich euer Land im Zentrum der Ausplünderung. Und auch wenn sich unsere Regierung auf die Seiten der Banken und Spekulanten geschlagen haben, seid euch sicher, wir solidarisieren uns mit euch. Die drastischen Kürzungen im Sozialbereich, die zu menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen flogen, gehen auf Kosten derjenigen, die diese Krise weder verursacht haben, noch für das Scheitern eines ganzen Finanzsystems verantwortlich gemacht werden können. Ihm gilt unsere volle Solidarität. Lasst uns zusammen diesen Raum zurückerobern. Vereint im gemeinschaftlichen Widerstand gegen diejenigen, die uns unsere Lebensgrundlagen streitig machen wollen. Einen Widerstand, den ihr in Griechenland schon lange lebt. Einen Widerstand, dem wir uns anschließen. Solidarische Grüße von uns, Google Change, Occupy, echte Demokratie, jetzt Aktivisten, Sympathisanten und Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Griechenland. Menschen sind füreinander da, nicht gegeneinander. Daher rufen wir unsere Mitbürger auf, immer wieder gemeinsam auf die Straße zu gehen. Hand in Hand mit Griechenland, der Widerstand zum Fischenbrand. Hand in Hand mit Griechenland, der Widerstand zum Fischenbrand. Danke! Bitte! Möchte noch jemand was sagen? Ich habe nichts zu sagen. Kaut euch ruhig. Das ist gar nicht so schwierig. Hallo. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.